Willkommen Leute zu einem weiteren Pokémon Show, dann wir spielen wieder Pivotier. Heute besteht unser Team aus einem Ursaring, Meditalis, Luranti, Spiritomb, Knackle, Stack und Rotom. Wir spielen hier ein Ursaring mit Bulka, Play Rough, Rest, Sleep Talk, eine Sleep Talk, Rest Variante. Dank den Evoliten ist Ursaring sehr bulky. Wir haben den Terror Fairy Typen, so müsste Ursaring eigentlich gut sein. Dann hätten wir noch einen Choice Garth Meditalis, es gibt ja gerade einen Suspect Test von Meditalis. Deshalb dachte ich mir, wir probieren mal das Ding. Es kann Nahkampf sein, Headbutt, Donnerschlag und Trick. Das Gute an diesem Ding ist, es hat ja die Fähigkeit Purpower, das heißt der Angriff ist verdoppelt. Dann hat es also 438 Getake und wenn wir uns nochmal Terror kristallisieren, also Terror Typ Fighting annehmen, dann macht es Close Combat wirklich sehr viel Schaden. Als drittes hätten wir ein physisch Defensive Slurantis, es soll die Hesards für Osagen empfänden, denn es hat keine Überreste oder es trägt die Heavy Duty Boots nicht. Wir spielen jetzt mit Leaf Storm Default, Terror Blast. Synthese, es hat den Terror Blast, äh, ein Terror Typ Elektro, dann hätten wir noch ein. Speziell Defensive Spiritomb, wir nehmen einfach mal den Poison Terror Typ an, vielleicht hilft er uns, sehen wir mal. Es kann Rest, Sleep Talk, Willow Whisper und Hex, speziell Defensive, dass wir etwas gegen Psycho Pokémon haben. Dann ein physisch Defensives Snaggler Stack mit Body Press, Iron Defense, Recover und Salt Gear, physisch Defensiv mit den Evolid natürlich. Und dann hätten wir noch ein Fast Bulky Support Rotor mit Volt Switch, Hex, Willow Whisper und Schutzschild. Dies ist unser Team und unser erster Gegner hat den Abolivia, Cloth, Komala, Sneasel Hisoi, Best Collegion, Best Collegion, Best Collegion und Spiritomb. Seht euch mal Meditalis an, wenn Spiritomb weg ist, machen wir gegen jedes Pokémon guten Schaden. Wir könnten theoretisch auch Spiritomb mit Rick verkrüppeln, von Meditalis aber okay. So, der Gegner kann Rocks legen mit seinem Cloth. Oder könnt ihr natürlich auch mit seinem Wasser Pokémon lieben, wir lieben einfach mal mit Lurantis und der Gegner lieben mit Best Collegion Bluestrip. Ja, gut. Der wird gleich rauswechseln, deshalb gehen wir auf Synthese. Flipturn macht Nullschaden. Ich dachte mir, vielleicht geht er auf Headsmash, ich wollte scouten. Sneasel Hisoi. Gut. Sneasel Hisoi kann jetzt eigentlich nicht so viel gegen Spiritomb machen. Wir gehen mal in Rot und... Ich hatte vor... Spiritomb Weezing hier drin. Aber gegen Sieg-Pokémon waren wir... Dachte ich mir, sind wir aufgeschmissen. Jetzt gehen wir mal auf Will-O-Wisp, er geht in Komala, dieses Pokémon können wir nicht verkrüppeln. Jo, gut. Wir gehen mal auf Schutzschild, um zu scouten, was er tun will. Und für die Recovery, perfekt. Jetzt gehen wir auf Volt Switch. Und gehen in Spiritomb. Wir haben jetzt nicht wirklich einen Knock-Off, Fressa, außer Spiritomb vielleicht. Gut. Will-O-Wisp, der ist schneller, sehr schön und wir können Pokémon verbrennen. Er geht in Apoliva, okay. So, statt Tag sollten wir vielleicht eine Unlicht-Attacke spielen. Wie Lash-Out, Poltergeist, Sucker vielleicht, oder? Toxikern das Ding auch, Lull. Wir spielen jetzt mal mit Dark Pulse. So, wir werden jetzt mal Rest drücken. Wir sind langsamer definitiv. Leaf Storm tanken wir nicht. Okay, schade. Okay, er ist zumindest nicht live, Orb. Gut, vielleicht sollten wir Weezing doch reinpacken. Wir haben nichts gegen Grass-Types. Zum Glück ist das Ding so langsam. So. Sneasel ist auch ein kleines Problem. Okay, wir packen hier wieder ein Poison-Pokémon rein. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in Lurantis. Drücken Terrorblast für Chip oder nicht? Wir könnten auch... Wir gehen in Meditalis-Predict, das er rauswechselt. Geht in Sneasel-Hizui. Da können wir es mal Trick drücken. Er geht in Spiritomb, sehr schön. So, wir haben die Heavy-Duty-Boots und er ist verkrüppelt. Gut. Jetzt können wir mal in Osarin gehen. Der kann mich verbrennen, wenn er will. Faublay macht guten Schaden. So, Knackle-Stack. Vielleicht sollten wir auf Knackle-Stacken Terror-Typen spielen. Die Kampf und Poison nicht sehr effektiv trifft. Vielleicht selbst Poison. Oder mal überlegen. Ja, Poison wirklich. Müssen wir sogar spielen. Poison, okay. Jetzt gehen wir mal auf Salt Gear. Er geht in Cloth, okay. Sehr schöner Chip. Der kann jetzt auf Knock-Off gehen. Und unser Knock-Off-Fresser wird es einfach mal Meditalis sein. Der braucht jetzt nicht wirklich die Heavy-Duty-Boots. Stealth-Rock kommt, okay. Wir gehen jetzt mal auf Thunder Punch. Er geht in Spiritomb. Wie viel Schaden machen wir? Guten Chip, okay. Wir gehen jetzt mal in Knackle-Stack. Oder wir gehen mal in Lurantis und wir könnten dann Defoggen. So, Will-O-Wisp, okay. Wir gehen jetzt mal auf Defog. Oder auf Leaf-Storm einfach mal. So, leider treffen wir nicht. Rotom. So, Poison-Shap bitte. Keine Poison. Danke, gut. So, jetzt können wir wieder auf Volt Switch gehen. Er geht in Aboliver, okay. Wir gehen in Meditalis. Drücken. Thunder Punch. Predict me the Spiritomb. Obwohl, bleibt er hier vielleicht drinnen? Nein, wir gehen... Er bleibt sogar drinnen. Okay, Thunder Punch war so. Okay, dann. Gigadrain killt mich. Okay. So, wir gehen in Osaring und bulken uns auf. Gigadrain macht guten Schaden. Terra, Fairy, Rest. Er geht in Spiritomb. Sleeptalk. Vielleicht hätte ich mich jetzt noch nicht Terra kristallisieren sollen. Bitte drück Play Rough. Das war huge. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Holy shit. Aboliver, okay. So. Wir sehen zumindest mal schneller. Der wird jetzt auf 55. Wir drücken jetzt mal Play Rough. Step. Sehr schön. Gut. Leaf Storm killt mich fast, aber wir recovern ja sehr viel. Da passt es schon. Weg mit dir. So, gegen Best Collision hätte ich Lurantis Rotom brauchen wir vielleicht nicht mehr da Opferrecht, dieses Ding. Wir gehen in Lurantis und wir können es immer Leaf Storm drücken. Er ist nicht wirklich ein Switch in. Komala ist vielleicht kein Switch in, maybe. Schade. So, aber wir gehen jetzt mal auf Synthese. Body Slam macht null Schaden gefühlt. Wir können wieder auf Leaf Storm gehen. Body Slam, U-Turn, Knock Off und wahrscheinlich noch Rapid Spin U-Turn, okay. So, Spiritomb bekommt einen starken Leaf Storm up. Sehr schön. So, da gehe ich mal auf die Synthese. Der ist schneller Lull, aber der macht null Schaden gefühlt. Mit Stone Edge. Der Volltreffer, der warst Unfortunate, aber okay. Gut, plus 6 Spezialangriff. So, bei einem Pokémon bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Nämlich Pet Smash killt mich nicht. Perfekt. So, Synthese. Nochmal Synthese. Ja, nochmal Synthese. Okay, jetzt können wir auf Leaf Storm gehen. Bei einem Pokémon bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Das ist Spiritomb. Ich will eigentlich eine Fighting Resistance, eine Psychic Immunity. Und ja, vielleicht was speziell Defensives. Aber wir lassen mal dieses Ding hier drinnen, würde ich mal sagen. So, der nächste Gegner. So, der nächste Gegner. Komala, Rotom, Frenz, Samurot, Skuntank, Meditalis und Liveni. Seht euch mal für eine Meditalis-Witcher nun. Seht ihr einen? Ich sehe nämlich keinen. Gut. Wir erleden erst einfach mal mit Rotom. Er erledet wahrscheinlich mit... Er erledet mit diesem Pokémon. Okay. Okay. Wir Prochillen dann einfach mal. Okay, der ist schneller. Somit wissen wir, dass der Choicegraf ist. Gut zu wissen. Dann gehen wir auf Schutzschild. Der wird wahrscheinlich nicht... Jetzt Garst ein Serschen. Und wir können in Spiritomb gehen. Vielleicht sollten wir denn eher Mix-Defensiv spielen und nicht nur speziell Defensiv. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Dann packen wir einfach mal ein bisschen Spitz-Definvestment... Äh, für Steff-Investment rein. Okay, gut. So, wir gehen auf Will-O-Wisp. Wir gehen auf Will-O-Wisp. Knock-Off, okay. Ja, wir gehen auf Will-O-Wisp. Rats. Okay. Aber zum Glück haben wir Rats gedrückt. Das passt schon. Ja, wirklich. Für sich Steffensiv-Definvestment hilft uns hier auf jeden Fall. Skuntank kommt rein. Gut. Was hat Skuntank in Gen 9 alles dazu bekommen? Mal nachsehen. Ist das eine Nasty-Plot-Variante? Wie spielt man das in Gen 9? Gibt es schon vielleicht Movesets? Pio? Physisch-Offensiv. Nasty-Plot. Okay, gut. Wir gehen ehrlich gesagt einfach mal in Meditalis-Predict. Nasty-Plot oder Taunt. Perfekt. So. Das skalken wir, ob wir uns Terra-Kristallisieren müssen für einen Kill. Denn Meditalis ist es nicht so bulky. Sagen wir es mal so. Medi-Champ. Gegen ein Skuntank physisch-Offensiv. Gibt es noch andere Sets? Skuntank. Special Defensive. Terra-Fighting. Weg mit dir. So. Terra-Glows-Combat. Und Rotom-Fan bekommt massig viel Schaden. Sehr schön. Gut, wir gehen jetzt mal in Knackle-Stack. Oder in Spirit-Zomb. Wir gehen jetzt mal in Rotom. Der darf eigentlich alles fressen von ihm. T-Bolt. Okay. Wir gehen auf Volt-Switch. Er hat keine Immunity. Wenn er drinnen bleibt, stirbt sein Rotom-Fan. Und dann hat er keine Resistance. Außer sein Meditalis. Und sein Li-Venny. Aber ist schön, wenn du einfach mal Close-Combat drücken kannst. Immer, wann du willst. Wir haben gegen ein offensives Rotom 65% gemacht. Mit einer resistierten Attacke. Komala, ja. Das ist der falsche Pokémon dafür. Jetzt verliert er zumindest mal ein Pokémon. Ich denke, Li-Venny würde auch getwutschottert werden. Meditalis auf jeden Fall. Okay, Komala-Ghost. Nein. Okay. Er hat sich zumindest schon mal Terra-Kristallisiert. Rotom. Will-O-Wisp. Okay. Beginnen wir wieder auf Volt-Switch. Jetzt können wir uns nicht mehr regenerieren. Gut. Mal überlegen. Gegen Atomerei brauchen wir Lorantis. Gegen Meditim vielleicht auch. Der Kanokoff. Das ist das Blöde. Da müssen wir ein bisschen herumspielen. Wir gehen wirklich in Spirit-Tomp und drücken Sleep-Talk. Vielleicht Triggered Will-O-Wisp und wir können irgendein Pokémon verbrennen. Wenn Skuntang weg ist, könnten wir zum Beispiel immer Sanhepa drücken. Auch wenn wir keinen Step mehr bekommen. Das ist nicht so schön. Aber wenn Komala down ist, dann sieht es für uns sehr gut aus. Komala-Wish-Knock-Off. Wahrscheinlich hat er noch Protect oder Rapid Spin. Aber weil er Wish spielt, denke ich mal, dass er Schutzschild spielt und nicht Rapid Spin auf diesem Pokémon. Aber er könnte natürlich auch Rapid Spin auf diesem Pokémon spielen. Also was dem Pokémon, was bei diesem Team fehlt, ist eine Knock-Off. Ein Pokémon, was du immer in Knock-Off reinwechseln kannst. Denn wir haben zwei Evolid-User, eins, was sehr effektiv getroffen wird. Spirits kommen vielleicht raus. Gegen, ja, aber gegen was? Das ist das Problem. Gut, dann werden wir einfach mal den nächsten Gegner suchen. Erst werden wir uns die Terra-Kristallisierung ein bisschen aufsparen. Und ja, hoffentlich rockt Bulk-Up Osarin den nächsten Kampf. Der nächste Gegner hat eine Bomersnow, Velusa, Haunter, Götter, Kamerobd und Rotom-Fan. Gut, Kamerobd, okay. So. Sein Hepburn sieht hier eigentlich sehr gut aus, das muss ich sagen. Ich nehme mal an, dass sein Al-Paulo-Choice-Garf ist. Wir leiden einfach mal mit Rotom. Herr Bowmer-Snow, okay, da können wir jetzt mal Will-O-Whispen. Da wird jetzt Aurora Whale drücken wahrscheinlich. Ja, genau. Gut, wir können jetzt mal Schutzschild drücken. Ihr geht in Kamerobd gleich. Unser bester Switchen dafür ist Ursaring sogar, glaube ich. Rocks, wir gehen auf Bulk-Up. Haunter. So. Dieses Pokémon will mich wahrscheinlich verkrüppeln. Darf Rotom den Choice-Garf bekommen. Ja, Choice-Garf sehr schön. Und wir können hier einfach mal auf Hex gehen. Auch wenn ein Kai-Kamer-Rubd geht. Die Überechte wären jetzt für Ursaring auch nicht so gut, aber es wäre zumindest irgendetwas. Sagen wir es mal so. Gut. Wir sind schneller. Götter kommt rein. Okay. Und wir machen null Schaden, gefühlt. So, wir gehen jetzt einfach mal in Lurantis. Aber wir brauchen wirklich eine Knock-off-Fresse. Das Team muss sich ein bisschen umbauen. Neckler-Stack muss weg. Oder Ursaring-1 von den Eolid-Usern muss weg, auf jeden Fall. Gut, wir können hier mal auf Defog gehen. Er geht in Rotom-Fan. Und vielleicht noch ein Crown-Type. Da muss ich auf jeden Fall noch etwas ändern in diesem Team. Gut, wir gehen jetzt mal auf Leaf-Storm. Er geht in Kamer-Rubd. Sehr schön. So, wir hatten einen höheren Base-Speed. Kameruptus 40. Wir haben 45 plus Speed-Investment. Wir gehen auf Leaf-Storm. Hoffentlich reicht die Attacke jetzt aus. Wenn wir eine gute Roll bekommen, ist das Ding down. Oder geht wieder in Rotom-Fan. Der wird jetzt auf Air-Slash gehen und wir gehen in den Knackle-Stack. Salt-Gear ist hier immer der Play, finde ich. Oh, das tut so gut. Salt-Gear drücken gegen Pokémon. So, Lurantis ist der Play hier wieder. Knock-Off. Wir können hier Synthese drücken. Ja, Lurantis ist wirklich der beste Knock-Off-Fresser, den wir hier haben. Das muss ich schon sagen. So, Haunter kommt rein. Jetzt gehen wir mal in Spiritomb. Sludge Bomb macht okayen Schaden. Wir gehen mal auf Dark Pulse. Er Terra kristallisiert sich in den Fairy-Typen. Ehrlich gesagt ist das gut für Close Combat. So, wir gehen jetzt mal in Rotom drücken, Volt Switch. Der wird noch Spukball im Set haben. Sehr schön. Jetzt können wir mal in Ursaren gehen, die Matschbombe predict... Ah, die... Ja, Shadow Ball predikten. Jetzt können wir in Rotom gehen. Der tankt eine Attacke. Oder Trick kommt. Ja gut, dann gehen wir mal auf Schutzschild. Er geht in Gerda. Okay. Da gehe ich auf Volt Switch. Kann hier in Lurantis gehen. Knock-Off. Okay, Leaf Storm. Sehr schön, das Ding ist down. Okay, Merupt. Komm da rein. Trau ich mir das? Trau ich mir den Leaf Storm? Ich trau mir den Leaf Storm und der macht das Min-Damage. Ja gut, gegen die Loser wäre es noch wichtig gewesen. Gut, Ursachen. Und wir drücken einfach mal Bulk ab. Geh den Rotom-Fan, dann drücken wir nochmal Bulk ab. Der macht Null Schaden. Jetzt drücken wir mal Play Rough. So, Haunter kommt rein, dachte ich mir schon. Weg mit dir, sehr schön. So. Ist der Choice Bix oder so? Der würde ja sonst mir Schaden machen. Sub ist Beravaya. Okay, dann ist mir das egal, was der hier macht. So, jetzt kommt Rest. Solange kein Crit kommt, ist alles in Ordnung. Den Play Sub verstehe ich jetzt nicht. War das ein Miss-Klick? Wahrscheinlich. So. Und jetzt soll natürlich Play Rough triggern, Play Rough triggert und der Gegner gibt auf. Okay. Ja, das Team funktioniert. Auf jeden Fall. Im nächsten Part werde ich wieder das Team probieren, aber ich werde Spiritomb, Rotomb oder zumindest Spiritomb und Necklace Deck raushauen. Denn wir brauchen, wie gesagt, noch eine Knock-Off, Fresser und vielleicht noch Meditalis gegen ein anderes Kampf Pokémon mit Utah und vielleicht wie Pessimian. Gut, der nächste Gegner hat, Komala, Rotom, Fett, Houndstorm, Skuntank, Medichamp und Livani. Oder man könnte Live-For-Meditalis probieren, wäre auch eine Nettiti. Und der Gegner schuldige, kein Crown-Type. Gibt es hier überhaupt gute Crown-Types? Ja, Alola, Diktri, aber nichts wirklich Bulkiges. Gut. Wir prädikten mal den Rotom-Lead. Ja, wir gehen auf Schutzschild. Woalswitch, dann gehen wir auch mal auf Woalswitch. Okay, von dem Schaden ist das offensiv. Komala bekommt auch mal Schaden ab. So, wir gehen jetzt die Meditalis und drücken einfach mal. Das Ding hat ja Fluffy, ja. Holy shit, das Ding ist ja bulky. Houndstone muss ich mir auch mal noch auf Aul ansehen. Ob das Ding wirklich so defensiv ist. Da gehe ich mal in Knackle's Deck. Willowice bringt ihm nichts. Wir können hier auf Soulgear gehen. Geistack machen sogar weniger Schaden durch die Fähigkeit von ihm. So, Soulgear. Der bekommt guten Schaden und der will mich jetzt verkrüppeln. Das heißt, wir gehen in Rotom. Oder auch nicht. Gut, Komali ist der Überreste hoffentlich nicht. Schade. Ja, dann gehen wir auf Schutzschild. Ich brauche die Recovery. Wir gehen auf Wish. Kann der irgendein Pokémon auffrischen? So wirklich? Nein. Wir gehen auf Woalswitch. Der kann noch die Jutern haben, genau. Ähm, ja. Wir müssen in Spirit. Wir gehen in Lurantis, glaube ich mal. Ja, Jutern, okay. Kommt, dammit. Ich dachte, vielleicht kommt der Knockoff. Der kann jetzt einfach mal sein Rotom regenerieren. Das ist nicht so schön. Rotom. Gut. Wir predicten mal Woalswitch. Oder Erslerslash kommt sogar. Okay, wir sind das langsameste Pokémon, dann opfern wir es. So, wir gehen jetzt mal in Osaring. Der sicher geht schon ist. Und wir drücken mal Bulg ab. Ja, unsere Wink und die Dosaring sind. Wir müssen schauen, dass uns nichts verkrüppeln kann mit Rotom. Und ja, Houndstorm bringt nämlich auch nichts wirklich. Gut, wir können jetzt mal Play Rough drücken. Body Press macht guten Schaden. Wie viel macht Play Rough? Ja, durch Gatzen bin er noch mal stärker geworden. Wir gehen noch mal auf Play Rough. So, jetzt bin ich mal interessiert, ob Houndstorm irgendeine Recovery hat. Bulg ab. Sehr schön. Passt. Gut, jetzt können wir mal auf Res gehen. Mit Body Press. Okay, Rotom-Fan kommt. Gut, ja, das heißt, wir gehen in Rotom. So, wir verbrennen das Ding mal. Okay, geht auf Volt Switch. Also zumindest bei das hießt mal gut. Okay. Gut. Komala gefällt mir auch, muss ich sagen. Das Ding ist störend. Es stört wirklich. Gut, wir gehen in Spiritomb. Wish. Wir gehen auf Dark Pulse. Wir sind langsamer zum Glück. Geht in Houndstorm. Hoffentlich reicht Dark Pulse aus. Sehr schön. Zumindest ist Houndstorm mal tot. Das ist sehr gut. Scun Tank kommt rein. Da drückt mir Will-O-Wisp. Taunt. Okay. Das heißt, wir wechseln raus. Wohl dir kein Knock-Off. So, Knuckle Stack jetzt. Vielleicht so ein Sticky Hold-User wie Mag wäre gut. Mag Sticky Hold. Sticky Hold. Swallowed oder Mag könnten wir ja benutzen. So, wir gehen mal auf Soul-Gear. Okay, wir gehen weiter auf Soul-Gear. Okay. Gut. Der wird nicht auf eine Kampfattacke gehen. Terra Blast Dark, okay. Er hat sich schon mal Terra kristallisiert. Das ist sehr gut. Und der bekommen jetzt sehr viel Chippern. So, Spiritomb. Defensiv vielleicht tankt ein Terra Blast Dark. Nein. Gut. Wir können jetzt nicht in Militalis gehen. Wir können jetzt einfach auf... Warte mal, kann ich hier jetzt nicht auf Close Combat einfach gehen? Scun Tank, weg mit dir. Crit, egal. So, wir sind das schnellste Mon im Game. Wir sind schneller als Rotom-Fan. Jetzt gehe ich mal in Knuckle Stack. T-Bolt, okay. So, Ursaring. Sleep Talk. T-Bolt macht es nicht wirklich so viel Schaden. Vielleicht komplett rough. Nein, nur... Ehrlich gesagt kann er mich hier auch tricken. Dann bekommen wir wenigstens die Überreste. Das wäre auch etwas so. Bulg up. Rest. So, wenn er mich bulgt, also wenn er mich hier jetzt trickt, haben wir die Überreste. Und er würde dann so 30% Damage machen, könnte er natürlich machen. So, Sleep Talk. Er lässt mich hier wirklich machen. Aber würde ich jetzt tricken, das ist die Frage. So, Bulg up. Ja, dann kommt Rest. Wir müssen um den Crit herum spielen. Sleep Talk. Sleep Talk. Aber mit Sleep Talk kommt ja auch immer Rest. Oder Bulg up. So, nochmal eine schöne Bulg up-Attacke. Nice. Und der ist schon wieder voll. Lull. Sehr schön. Ein Crit würde er auch mit 30% machen. Das ist das Gute. So, jetzt wechselt er raus. Und jetzt kommt Komala rein. Okay. So, kommt Play Rough. Bulg up. Okay. Wir sind zumindest schneller, nehme ich mal an. Ja. Und wenn es Play Rough kommt, ist es down. Sehr schön. Gut. Medichamp kommt. Terra Kristallisierung. Play Rough. Der Macht ist wenig. Und der Gegner hat aufgegeben. Ja, Bulg up-Ursagen ist insane. Das muss ich schon sagen. Aber mit dem Team vielleicht ist nicht so. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part, wenn wir wieder Osarring spielen. Bis dann. Ciao.